und damit herzlich willkommen liebe freunde zu ja wieder zum vortex mit einem neuen let's play und zwar ist das diesmal nur eine demo von pt nennt sich das ganze das ist momentan auf dem psn markt verfügbar und da kann man halt die demo anspielen wir machen das ganze mal ich weiß gar nicht worum es hier geht aber ich freue mich zurzeit so riesig auf horror games diesmal wieder ohne facecam aber ich finde das ganze sieht schon mal richtig geil das sieht wirklich echt aus ne aber mal leute wegen der facecam nochmal und zwar sieht das hier krass aus und zwar wegen der facecam wollte ich noch mal fragen ob ihr das überhaupt wollt oder nicht ich meine ich bin ja gerade mal erst bei part 1 von outlast aber trotzdem wirklich das relativ interessieren ob ich sowas überhaupt sehen wollte oder nicht schreibt entweder mal hier haben wir das video oder unter outlast das wäre mal ganz nice damit ich mal wüsste wo ich bin und ja wir scheinen hier ok das sieht jetzt noch mal aus wie dasselbe gang können wir nicht rein wir können ja auch nichts machen oder drücken wir können so ok nun geht die tür auch nicht mehr auf komisch ok da scheint irgendwas zu kommen die frage schauen wir dann nach ok es macht schon eine echt gruselige atmosphäre muss ich schon sagen aber wir kommen ja auch nirgendwo durch wir scheinen hier irgendwie in einem haus von von einem ehepaar zu sein die keine ahnung hatten von einem guten frisseur wirklich nicht ich will jetzt gar nicht vorbeilaufen ok komisch komisch hier wir sind eingeschlossen ich denke mal dass um ja um 0 uhr was schlimmes passieren wird ich bin mir aber noch nicht sicher was ok jetzt ist die tür offen mir geht so allmählich immer mehr der kackstift oh gott oh gott klopft wieder ist hinter uns nein ok jungs hier gerade kritische phase ah nein ich will nicht um die ecke laufen und geh auf tür ok da drin ist auf jeden fall einer der holt ich heule auch gleich wenn das hier so weiter geht mit dem psychospielchen nein ist das schlimm jedes mal die tür aufzumachen 23 59 immer noch irgendwas stimmt hier nicht nein nein bleibt da ah hier ist schon wieder die tür offen wir können hier auch nicht rein wir können hier gar nichts machen außer die tür geht zu oh gott die tür geht auf ich habe ganz haupt überall die soundeffekte sind so echt die grafik ist so echt ich glaube das spiel ist sogar auf 3d basierend ich habe so angst hier hinzugehen hier kommen überall kakerlaken raus das heißt nichts gutes wir gucken jetzt hier mal rein und sehen nichts außer ein schreiendes baby oder hören ist ich habe so angst die stimmung was das spiel rüber bringt ist echt krass leute ich spiele es ja mit headset und ach du scheiße ich muss erstmal durchatmen wie viel kakerlaken hier rauskommen die musik wird immer schlimmer die musik wird immer schlimmer dann gehen wir halt nochmal hin schauen nochmal was los ist und wie wir sehen können sehen wir nichts was geht was geht gott sind das ist ist realistisch dieses dieses anhört hahaha Können wir jetzt hier durch? Nein, immer noch nicht. Hier? Immer noch nicht. Was machen wir jetzt? Ich bin gerade echt fraglos. Wahrscheinlich müssen wir reinzoomen. Ich hoffe es mal nicht. Ich laufe jetzt nochmal ganz... Ah, mein Gott, ich muss reinzoomen. Oh Gott, bin ich erschrocken. Aber ich habe Gänsehaut überall. Mal schauen, was hier in diesem Gang passiert. So, sind wir mal gespannt. Wir hören eine Stimme, wir gucken um die Ecke und... Oh Gott, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was im Fick ist das? Oh Gott. Jungs, ich will nicht weiter. Ich muss aber... Oh, das Licht geht aus. Scheiße, ich habe so Angst. Ich habe so hart Angst gerade. Ich habe so übertrieben Angst gerade. Ich laufe jetzt hier einfach durch. Ich drehe mich jetzt nicht um. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich will nicht um die Ecke. Ich mache die Augen zu beim um die Ecke laufen. Ich gehe da jetzt nicht rein. Nicht rein. So, und zwar erforschen wir das Ganze, wenn die Vollversion draußen ist. Ihr schreibt rein, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Bis dahin, Jungs. Frohes Zocken und fröhliches Gruseln. Ich... Dann spüre mich jetzt hier. Vielen Dank.